Hier ist ein Spawner. Oh mein Gott, es sind zwei gespawnt! Kannst du nicht Game Rule anmachen? Nein. Danke. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Tschüss Krok. Oh mein Gott, da ist schon wieder eins von den Teilen. Manu geht vor. Ich bin für Nico. Mit Krok-Hit vorher, ohne Waffe ist gut. Ja, siehst du mal gefuckert? Ach komm, ich recke das Ding jetzt. Jawohl. Erster. Nice. Hier, warte mal, ich muss den Horst nicht schreiben. Ich hab eindeutig... Krok, Krok. Ja. Das muss... Was ist los? Ich glaub, er will dir was sagen. RIP. Ich hab jetzt auch Lust auf Spare Rips. Nein, Spaß. LOL. Schon witzig. Da erklärt sich. Ich weiß, dass das auch witzig ist. Was? Du hättest ihn mit dem Feuerzeug unterschießen können, durch den Schaden wäre runtergefallen. Das wäre voll nicht so nett. Das wäre voll nicht so nett. Das wäre voll nicht so nett. Wo geht's denn? Ja. Und die Akku. Ey, meine besten Sachen sind weg. Das ist so zum Kötteln. Du kannst dann runter sprengen. Oh, wieso? Das ist einfach der beste Funksch. Ey, Nico. Guck mal, der Block unter dir fehlt. Alter, wie viele von den Viechern da hinten sind. Wo? Da, auf meiner anderen Seite. Komm, lass sie klatschen. Ja. Viel Spaß. Hey, ich die Kiste. Wir haben schon gelutet. Jetzt. Ich hab sie gegessen. Die Kiste? Diese aus. Ich hab sie gegessen. Ähm. Spring. Make it backlit. Wir werden am Ende wahrscheinlich nicht nach Hause finden, wenn wir hier noch weiter so rumbuseln. Ich bin hier. Ich bin auch rübergerannt. Ich hab nix zu essen. Wir müssen uns hier so ein... Und wo sind wir jetzt hier? Keine Ahnung. Was bringt es uns jetzt hier zu sein? Keine Ahnung. Ich geh zurück. Wow, Nico. Wow. Du bist hier kein guter Fremdenführer. Ich glaube, rein theoretisch könnte ich links oben einen Counter machen, wie oft ich Nico sage. Und ich glaub, das wäre ziemlich hoch. Ich glaube, dass du da keine Motivation hast. Wanko ist vorgerade. Glaubst du das? Jetzt selbst drüber gesprungen. Trotzdem wird die Folge Nico der Fremdenführer heißen. Ach scheiße. Oh mein Gott, wir spoilern jedes Mal unsere Folgennamen. Das ist doch okay. Ja, keine Ahnung. Also, wenn wir das Intro jetzt natürlich dazu rechnen, dann sind wir ja bei 19 Minuten. Ich weiß nicht. Oh nein. Ich habe kein Essen für dich. Nein. Nein. Autsch. Eifes Herz. Wir sind ja auch wieder falsch. Was? Verpiss dich. Wir sind nicht. Hast du gerade irgendwas geschlagen? Ja. Ja, ich habe ein Bösserskelett runtergeschlagen. Ich habe irgendwie voll Bock auf PvP bekommen. Habe ich keinen von euch? Oh yeah. Na toll, jetzt sind wir immer noch falsch. Geh als erstes vor. Ich habe gesehen, was da runterkommt. Oh fuck, 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 ich bin tot. Echt jetzt? Doch, komm ich. Überlebst du? Ist das eine gute Frage. Ich wollte dich nicht vorgehen. Da ist irgendwie immer noch Lava oder leckt bei mir. Da ist immer noch Lava. Das muss jetzt sein, ne? Hä, ne, da müssen wir bis zurück müssen. Und jetzt, wir sind wirklich ins Vorhab. Ja, den würde ich mal zubauen. Ich habe so gemacht, dass... Ich habe so gemacht, dass du... Ich habe so gemacht, dass du... Ich habe so gemacht, dass du... Oh mein Gott, Nicole, auch mal! Äh, so konnten sie uns nicht abschießen. Also... Warte kurz. Ah, hat gut geklappt. Ja, hat gut geklappt. Ich klappt einwandfrei. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Fuck! Hat irgendwer meine Logenbude? Die beiden Kompetenz? Ne, die habe ich nicht gesagt. Oh, bitte dich! Ja. Ich bin in der Nähe, nicht mehr. Ich bin in der Nähe, nicht mehr. Ich bin in der Nähe, nicht mehr. Das ist, weil ich auch nicht. Die geht alles an mir, ja? Die weiter... vorhin nur noch mal er hat immer klar gut wird geprüft momentan die Euro auch hier ist langweilig die Kinder in der Seine und Lufthansa Guck mal, so macht man das. Pow, 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 pow. Mit diesen Geräuschen, ne? Ja, genau mit diesen Geräuschen. Hier ist eine Kiste. Meine Diamantspitz, Hacke. Ja, ich hab ein Stack Netherwassen. Und ein Bier. Und noch eine Kiste, zwei Sattel. Ich hab meine ganzen Netherwassen reingemacht in die Kiste. Sattel? Wie seid ihr hier hinten? Das ist ne gute Frage, wir sind alle drei an verschiedenen Orten. Gib mir mal die Hälfte von den Netherwarzen, die haben mir gehört. Nein. Ich bin hier neben so einem Erdkrüppel. Danke, das ist ein lecker Mensch. Ey! Hey, Mango. Nasses, lass. Achso. Wollen wir, das wollen wir? Ich hab, ich bin auch einer. Ich hab auch ein Goldschwert. Hey, Mango, willst du ein Goldschwert? Ich hab gar nichts. Nein. Hier, ihr kriegt ein Goldschwert, Croc. Nice. Hab ich eh mehr Kiste gefunden. Hier ist ein Spawner. Oh mein Gott, das sind zwei gespawnt! Kannst du nicht Game Roll anmachen? Nein. Nein. Danke. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Tschüss, Croc. Ein Herz. Ein Herz. Ich würde mal sagen, tschüss. Oh nein. Bäm! Ach komm, du hast den ersten dabei gehabt. Alles klar. Ähm, ja, war jetzt gut. Was seid ihr für Lappen? Ich hab irgendwie gedacht, in den Spawner reinrennen wäre eine gute Idee. Ähm, ach scheiße. Du kannst... Komm mal ins Nether und dann TP. TP mich. Cheat. Ich hab nämlich auch nur noch ein Herz. Ja, TP mich. Ich hab voll. TP mich. Du darfst mich TP'n, weil ich noch eine Kleinigkeit von deinen Sachen aufsammeln konnte. Eventuell. Oh Gott, ich höre ein Skelett. Komm, beeil dich. Was ist mit meinen Sachen? Ich hab nichts zu essen. Was ist mit meinen Sachen? Was ist mit meinen Sachen? Oh Gott, mich verfolgt schon wieder so eine blöde Lohe. Mango. Bist du blöd? Ja. Komm, teleportierst du dich denn zu mir? Ich will auch. Mango. Teleportier mich. Wenn wir jetzt alle wieder hierher kommen. Ja. Das ist doch... War nicht das, was Krog wollte. Egal. Oh cool. Bei Pferderüstung. Weil davon gehören... Wir sind noch paar Kisten. Weil davon gehören mir. Hast du mich TP? Oder nicht? Mir gehört auch viel. Äh... Ja, warte. Ich bin gleich schon wieder da. Nee. Krieg ich mein Schwert wieder? Von meinem Zeug ist wahrscheinlich alles verbrannt, wahr? Ne große. Hab keins. Da liegt... Könnte noch was liegen. Wo bist du denn? Oh fuck. Ah. Okay. Ähm. Ja. Mango. Mango ist ja da unten hingekommen. Ich will auch. Ich sterb aber. Wow. Okay. Ich komm wahrscheinlich nie wieder hier hoch, weil ich keine Schwertsache habe. Gefiel mich mal. Okay. Gefiel mich mal Mango zu dir. Scheiße. Ich würde mal sagen, äh... GGBP. Schon ne erfolgreiche Folge, muss man einfach mal so sagen. Mango TP bist du dir. Wie weit sind wir jetzt mit der Aufnahme? Also wenn wir das ne lange Folge machen würden... Ja. Ich hab ne Idee. Wir farmst los, du baust den los. Also wir sind jetzt ungefähr bei 24 Minuten. Dann könnte das jetzt eine sehr lange Folge... Ja komm, wir machen halt auf 30 Minuten, dann Master Builder. Oh komm, wir würden die Klatsch schneiden, dann sind wir richtig gut. Das war echt clever. Yeah. Ich hab's geschafft. Bye. Ey, du hast Pilze. Also ich würd sagen... Ey, du hast Pilze. Das, was wir bisher so erreicht haben, ist jetzt... Putzschalz. Nee. Also ich hab noch 6 Eisen und Redstone und Apfel. Ich hatte meinen Spaß. Das ist doch die Hauptsache, Nico. Das ist doch die Hauptsache. Und der Blaze lebt noch. Ich überlege gerade, ob ich in die Lava springe, nur um mich zu klatschen. Du klatschst eh nicht, du scheiße. Ich baue mir ein bisschen Glowstone ab und scheiße auf das, was ich dabei hatte. Wenn sie jemanden findet, darf er gerne haben. Das war jetzt Absicht bei dir, oder? Nico? Ja. Ich hab gesagt, ich springe. Ich hab die Lose... Ja, so viel sinnvolles kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Ich glaub, ich müsste offline mal so ein paar langweilige Sachen machen. Oder als Timelapse vielleicht. Ohne Scheiß, wie OP ist auch so, aber Monster sind an. Ja, natürlich. Es ist besser voll pulsiert. Muss mangen. Mango ist nicht mehr da. Mango ist nicht mehr da. Mango ist gestorben. Ja, aber ich hab ja schon mein eigenes Haus mehr oder weniger. Kann ich mir auch was bauen? Oder wo? Da wo Platz ist, würde ich sagen. Kannst schon, also da wo halt schon was ist, ist schon vergeben. Also, ein kleines bisschen Abstand solltest du halten. Ja, ich hab's ne Hexe. Ich hab schon ne... Oh stimmt, wir haben ne Richard. Ey, der hätten das Platz. Ich brauch auf deiner Seite. Schau mir so'n stylischen Dreck aus an. Bei 50 Likes kauft sich Crocken neuen PC, damit er aufnehmen kann. Als ob. Ja, als ob wir 50 Likes kriegen, das ist beides realistisch. Ich hab halt auch gar kein Geld dazu. Ja, natürlich nicht. Ich gucke Ofen an und ich bin derjenige, der hier aufnimmt. Was? Du hast nen Ofen an? Ich gucke Ofen an. Ich gucke Ofen an. Ja. Falls du ein richtig, richtig hässliches Haus siehst, ist es meins. Das ist nicht schlafen. Das ist auf diesem einen Hügel. Und das ist im Prinzip bislang nur ne Mauer mit ein paar Mosse-Steinen drin. Mit ein paar Mosse-Steinbricks. Ich... Ich... Ach, ist es dieses komische Panzer, äh, dieser komische Bunker da oben? Kann man so nennen. Time to strike. Ich baue jetzt Minecraft so ne Dreckhütte. Und ich fühl mich voll stolz deswegen. Ja, nicht so. Typisch Anfang von Minecraft. Ich glaube, ich spiel... Du hast wahrscheinlich noch nie gespielt, oder? Ne, oder? Ich glaube, ich spiel länger als du sogar. Bist du sicher? Ich spiel seit der... Äh... Oh, fuck, fuck, fuck. Ich spiel seit der ersten Version. Mini. Das kann sein, dass du dann länger spielst. Mango, hallo. Wo bist du? Ich bin hier und versuche... Mango, wo ist hier? Hier. Hier. Ich brauche jetzt an. Ich komm zu dir. Ich bin eigentlich ja direkt vor meinem Haus. Okay, gut. Wie spät ist es überhaupt? Ja. 1963, was? Was? 91.33. Na, das ist glaube ich super. Du hast den Erdpenis, der ja immer noch da stehen. Natürlich, der Erdpenis ist wichtig. Der Erdpenis? Klingt so heilig. Guck unsere Folgen an. Ja. Der Erdpenis. Ich glaube, ich ernähre mich von Hasen. Das ist schon richtig hart, Assi einfach alle Hasen zu töten. Das ist dir klar, ne? Ich ernähre mich von Ace. Äh. Nichts. Hahaha. So, Hasen. Assi, was you did there. Komm. Komm dran, Hasen. Oh nice, du hast ja hier die Endertruhe. Dann kann ich mir hier... Der erste ist tot. Der zweite ist tot. Ja, das war im Nachhinein gedacht ein Fehler. Was? Die Endertruhe schon zu setzen. Wer hat die Endertruhe? Wer war so clever und hat die Endertruhe benutzt? Wir beide. Ich direkt zum Anfang. Bei mir ist es aber noch fataler, weil ich so klug bin und die Endertruhe so gesetzt habe an einem Ort, wo ich es letztendlich gar nicht gebaut habe. Er hat es wenigstens mehr oder weniger bei sich in der Base. Ich weiß. Ziemlich gut. Okay, ich sterbe. Ich sollte weg. Also ein logisches GG an der Stelle. Mhm. Logisches GG? Ja. Hast du gerade den Spruch von Logo geklaut? Ich weiß nicht mehr, wer Logo ist. Okay, dann. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber für mich klingt das nach etwas... Also der hat bei Varo mitgemacht, deswegen weiß ich, dass es ein YouTuber ist. Aber das klingt für mich nach einem Spruch, den er hätte bringen können. Eine Kette. Von irgendeine. Eine Fahrradkette. So. Bin bei der Richard. Habe ich doch gesagt, dass hier eine in der Nähe ist. Wenn du gerade ausgehst von unserem... Ich hab voll das Premium Haus. Möcht mich noch besuchen von euch? Mango, bitte geh weg. Das ist mein Haus. Verreckst du gerade? Ja. Ich würde übrigens mal vorschlagen, dass wir... Ähm... Ich muss nicht was zu essen, bitte. Hä? Wo ist denn jetzt? Oh, nicht. Oh Mann, das ist echt... Au, ich sterbe! Fuck! Komm bitte mein Haus, Junge! Nein, hierher zu meinem eigenen. Und dann beenden wir die Folge. Beziehungsweise die beiden Folgen. Oh nein. Haha, du faggit! Ey, ich bin mal voll nett. Das ist das Creeper, das bringt mich! Croc cheater die ganze Zeit! Was mach ich? Ich hab noch gar nix in den Chat eingegeben. What the fuck? Weil du nicht schreiben kannst. Ich hab schon verviel in den Chat eingegeben. Das ist ja der Witz daran. Was? Wann, wann? Was denn? Ja, die ganzen TP's. In's Haus. Aus. In Klammern aus. Ja, ich geh auch mal in mein Haus, da bin ich überhaupt nicht sicher. Wollte den jetzt mal beenden, oder? Ah ne, hier steht ein Schild vor meinem Haus. Achso, das hab ich ja schon erzählt. Hast du, ja. Geh zu. Ich bin hier und kurz vorm Sterben. Wow! Also, ich würd sagen, das war eine sehr erfolgreiche Folge. Muss man einfach mal so festhalten. Ohne Erfolge. Wir haben... Doch, Erfolge hab ich gekriegt. Time to strike und... Ja. Also, es war vor allem nicht nur eine Folge, sondern zwei. Aber... Damit ist diese Aufnahmesession jetzt auch erst mal vorbei. Und wir sehen uns bei dem nächsten Video, oder so. Jetzt kommt ein Beat. Jetzt kommt ein Beat. Ja. Ja, wolltest du nicht noch irgendwie Daumen runter und sowas? Ja. Ja, wir haben daumen runter. Wow, krasse Session war das hier. Es war übel krass. Danke an Rekka fürs Mitmachen. Rekka. Und der Scheiß, die ganze Folge sagst du meinen richtigen Namen. Aber jetzt... Rekka. Jetzt... Jetzt nur um... Um sich doof darzustellen, ne? Ok, wir müssen... Ey, Mangu, Mangu, komm, lass doch umbringen. Ja, aber ich hab Sachen dabei. Ich auch, aber scheiße. Guck mal. Ja, aber ich hab richtige Sachen dabei. Ich seh euch. Fress mal. Lecker. Jörg, hast du Schaden gekriegt. Mhm. Bye. Bye.